Hallihallo und Willkommen bei FortressCraft mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch und mir, Tibra. So, das haben wir schon ganz schön hinbekommen, wo die Erze reinkommen. Ja. Und ich werde mich ja da mal bemühen, auf der anderen Seite eine Vorführung zu den Bahnen hinunterzumachen. Das Einzige, was ich gerade sehe, was mir im Weg ist, ist hier die Kohle. Die kann man wegnehmen, jederzeit. Wie soll ich die dann da rüberführen? Die werden wir ja brauchen, oder? Oder nicht? Oder schon? Oder sollen wir es händisch nachfüllen? Nein, erstens einmal ist ja die Hard-and-Maschinenblock, der da erstellt wird. Das ist ja da sowieso noch provisorisch, weil wenn die Zellen da aufgebaut sind, mit Nickel und Titanium und so, dann leiten wir es ja ab und führen das irgendwo hin, wo wir es dann fix aufbauen. Okay, dann nehme ich das weg, und wenn wir das ... Kannst du auch. Ich tue den zweiten Storage-Shop dazu mit Kohle. Angereiche da, provisorisch. Weil so viel wird es nicht verbraten, oder? Das verbraucht sehr viel. Okay. Aber wie gesagt, also wenn die Leitungen da sind, dann soll ja das sowieso irgendwo da einmal sein, in dem Bereich, da irgendwo die Vorarbeitung. Okay. Wo die da jetzt provisorisch derzeit stehen. Mhm. Das soll ja alles einmal an der Decke eigentlich hängen, dass man da nicht da durchlaufen kann. Eigentlich kann ... Okay. Wenn ich das Ganze da rüberbaue ... Nein, passt schon, ich nehme einmal das Rohr weg, sieht man eh. Mhm. Ich entferne das Rohr. Was lag's denn jetzt? Und ja, also der Aufbau ungefähr so, wie das Zing ist, ne? Ja, genau. Das weiß ich schon. Ja, und dann an der Decke eine Reihe. Genau. Und unten wird es ein bisschen verteilt, so Trichtermäßig. Genau. Äh, gut. Ja. Und die ist aufgebaut. Ja. Ich war ja vor der Aufnahme kurz unten, hab Lithium und Gold geholt. Mir ist aufgefallen, dass Crystal Deposition wieder aus ist. Da hab ich jetzt halt dazwischen schon ein neues angehängt, aber das ist auch schon wieder leer. Ich glaub, bei den letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, das ist jetzt schon wirklich einige Wochen her. Ja. Da waren wir, glaub ich, eh da beschäftigt mit dem Aufbau von dem da. Dann unten, glaub ich, bei der Kohleanreichung, und das werden wir uns ja heute alles so im Laufe der Aufnahmen anschauen. Mhm. Wie da der Stand ist, aber jetzt holen wir einmal, oder ich hol jetzt einmal Nickel und Titanium. Ja. Während die Deepwater oben baut, ups, ich hab noch Lithium und Gold, was rausgekehrt. In meinem Inventar. So. Und da fließen sie die Barren. Sehr schön. Da seh ich wenigstens gleich, ob die Richtung passt. Ja, automatisiert ist momentan von der Förderung bis zur Barenproduktion Zinn, Kupfer und Eisen. Mhm. Und wir haben auf alle Fälle vor, dass wir heute Lithium und Gold auch anschließen. Also das ist dein Part. Und ich will die Lager ausbauen, weil es ist jede Menge unten, was abgebaut gehört. Ja. Also, ich hab zwischenzeitlich ein bisschen weiter das untere Geschoss ausgehoben, Wände verkleidet, also so eigentlich langweilige Arbeit, aber die muss gemacht werden. Ja. Ja, und du hast auch immer wieder raufgeholt und... Ja, ich war eigentlich... ...das war Rohre zusammengekommen. Genau, genau, ja. Also, ich hab sie halt raufgeholt, vor allem Nickel und Titanium, um diesen Harden-Maschinenblock zu erzeugen und aus dem dann wieder die Transportpipes. Mhm. Transportpipes hab ich momentan genau 1000 Stück ungefähr. Ich hab gerade 919. Weniger werdend. Mhm. Das ist das Traurige. Transportpipes? Ja. 919? Ja. So viele hast du? Ja. Ich geb auch... Ich geb keine her. Nein. Du hast da so viele. Du hast da meine Harden-Maschinenblocks genommen und ich bin gelaufen wieder. Ja, während du unten warst. Hast du die rausgenommen? Gelegentlich. Super. Ja, mit was soll ich denn sonst die... Ja, aber 1000? Ja, ist egal. Okay. Also, ich hab 2000 eigentlich angefertigt. Ich muss ja auch was Sinnvolles bauen. Ja, eh. Die hab mir ja schon gedacht, wo das Zeichen kommt. Ja, das ist... Das ist im All verpufft. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Die Brass Schurkenfingern waren dran. Und schon hat er sie halbiert. Äh... Ja, das haben Schurken so an sich. So. So. Wir brauchen hier dann irgendwann auch ein Lager für das Liquid Racine, oder? Naja, wir haben mehrere Sachen, wo wir noch immer überlegen, ob wir Lager anlegen oder nicht. Das stimmt eigentlich, ja. So. Wird nicht die angereicherte Kohle auch... Die wird eh unten gelagert. Jaja, aber wird die nicht auch nochmal aufgewertet? Ja. Mit was wird die aufgewertet? Weißt du das zufällig? Nein. Okay. Ich glaub mit Crystal Deposit, aber ich weiß jetzt nicht. Äh, da braucht man viel von dem Zeug. Ja, da müssen wir genau so eine Produktion anlegen. Nur, die muss nicht zur Bahnerzeugung, ne? Das wird nur ein Stockwerk für Zwischenlagerung. Okay. Wird halt dann dorthin geholt, wo wir es als Material dann brauchen. So. Nickel und Titanium. Ja, beim Nickel hat sich auch ein bisschen was geändert gegenüber der letzten Aufnahmen. Nickel ist mittlerweile wieder raus. Ich habe auch ein Riesenvorkommen schon wieder gefunden. Aber das ist jetzt ein Stück weit weiter unten, als wie beim letzten Mal. Okay. Ja, das sehen wir gleich. So. Runter, runter. Ja, einen Lift sollten wir ausbauen. Ich grabe mich da jetzt hin. Das ist schon ziemlich weit nach unten. Geht das jetzt runter? Oder geht das? Ja. Und wir haben einiges an Projekten abgeschlossen im Labor. Ja, stimmt. Und da war auch mittlerweile das Jetpack dabei, mit dem wir selbst fliegen können. Wir haben es noch nicht gelernt. Da würden wir auch darauf warten, dass wir wieder die Aufnahmen haben. Lernen können wir es, glaube ich, aber noch nicht herstellen. Da fällt auch noch was. Na, wir wissen halt, was du brauchst. Eben, wenn wir es noch nicht gelernt haben, wenn wir gesagt haben, das machen wir in der Aufnahme. Ah, wir haben vermutet. Es könnte sein, dass man die Biomasse braucht. Weil die Biomasse wird dann auch der große neue Treibstoff, glaube ich, oder so. Ja, das werden wir auch noch sehen. Ja, diese Haustierchen sind auch wieder zuhauf da. Die Schleimis. Ah. Ja. Unsere Lieblinge. Wie viele Geschosse haben wir jetzt eigentlich? 10. Also, ich bin gerade beim 10. Ah, okay. Ja, super. Können wir dann mit 11 bis 20 starten. Oh, toll. Das mache ich ja so gern. Außer. Nein, das machen wir nicht sofort erst. Aber wir werden es jetzt relativ schnell befüllen, die Geschosse. Mhm. Fülsmäßig. Ich würde sagen, dass die jetzt sehr schnell voll werden. So. Aber wir werden dann nur mehr Geschoss für Geschoss dazu arbeiten, weil ich nicht weiß, wie viel wir dann wirklich noch brauchen. Ich bin jetzt durch das Cola-Geschoss durch und schließe jetzt dann gleich das Bahnlager für 10 an. Also, ich habe noch kein Lager erstellt, aber... Bahnlager, ne? Das Bahnlager. Ja, Bahnlager. Mhm. Sehr cool. Ja. So, Titanium haben wir mit. Hui. Schauen wir mal Richtung... Saderlager. Wie heißt es? Wirklich? Richtung Nikela. So, müssen wir da jetzt noch einmal runter. Moment, Moment. Moment mal. Bis zum nächsten Power of the Storage Park. Wie ich genau Gegenleich aufbauen. Mal gucken. Wie ist das hier? Wo ist er angeschlossen? Da ist er angeschlossen, oder? Ja. Ah, das geht jetzt wieder vor. Das heißt, 3-3 aus Platz. Ja, und da geht es schon runter. Gut. Kenn mich mal. Was ist das schon wieder leer? Das kann aber jetzt nicht wahr sein. Was ist denn? Nike. Oh. Das war doch so riesig. Hat er das aber unterbrochen? Oh. Oh. Das war ein riesen Fuerkommand. Das gibt es aber. Ja, und da muss eben die ganze Kohle raus, sonst können wir kein Lager für Bahn erstellen. So, da bin ich jetzt zu weit gegangen. Das gibt es denn nicht, warum ist der leer? Ach, das wollte ich nicht. So, dann scannen wir einmal nach Bekannten jetzt. Da, 79% Nickel. Das ist falsch. Falsch. Na? Habe ich grundsätzlich nicht vor. Hm? Es ist falsch. Irgendwie heftet er das immer an die falsche Wand an. Besser. Was heißt, muss ich ihn wieder rauflatschen? So, da sind kleine und riesen vorkommen und die kleinen liegen da so nebeneinander. Ah, wenn die einmal hinleuchten würde, wo man arbeitet. Ja. Der macht alles. So. Okay. Na, das war Blödsinn. Dieber macht Blödsinn. Da, 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 da. Ja. Ja. Ich brauche Montageblöcke. Montageblöcke. So, hier holen wir Tagschwinsortbar. Für ein Vorprovisorium. Gut. 1 zu 3 Platz. 1 zu 3 Platz. Da haben wir es erreicht. Völlig 1 zu 3. So, ab hier. Ich habe einen Zug zu kurz gebaut. Und, naja. So. Meine wirren Gedankengänge. So. Schauen wir jetzt mal Planung zusammen. Du hast eine Planung? Echt jetzt? Ja. Ja. Immer. Immer? Fast. Wow. So. Das wäre ja drin. Ach, ich sag das. Genau. Und da kommt jetzt, wenn es wahr ist. Genau. Der erste Test dauert schon mal her. Cool. Jetzt kann ich noch proben. Und das zusammenschließen. Hihi. So. Dann legen wir da einen neuen Gang ein. Damit wir zu dem Nickel-Vorkommen kommen. Die haben wir jetzt nicht gerechnet. So. 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 Der extra beim letzten Mal, wie wir gefarmt haben. Ja. Ich suche, dass ich da ein riesen Ding finde. Da dürfte anscheinend mit ein paar Blöcke abstehen. Der kleine ist davor. So. Aber jetzt haben wir. Da ist jetzt wieder ein Nickel. Hoffe ich. Schaut das noch Nickel aus. Okay. So. Sehr schön. So gehört das. So. Das geht nach unten. Und das geht nach unten. Nach unten. Nach unten. Gut. Ich darf auch wieder runter. So. Jetzt haben wir da noch. Hoppa. So. Dann stehe ich da drauf. Gut. Wie jetzt? Ah ja. Stimmt. Das da. 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 Wenn mir geht. Hey. Hm. Das. Hm. Ah. Das. Dann. Ah. Dann. 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 So, das sollte eigentlich dann funktionieren. Wenn alles richtig läuft. Wenn. Da unten. Da steht jetzt wieder verkehrt. Was brauchst du denn? Jetzt passt er. Ja, und so werden die Storage-Jopper und die Pipes weniger. Cool. Also, dass nichts zu staunen beginnt. So, das gibt es hier noch. Einen Hopper. Gut. Und die Produktion ist hier aufgebaut. Sehr gut. Kommt das dann auch schon automatisch? Nein. Nicht unschuldig. Okay, hört sein kann dann. Ich freue mich, dass ich überhaupt wieder eine habe. Ich bin so in meines Vertiefs, dass ich gar nicht mitkriege, was da für Tiere läuft. Ein richtig schönes Fluss-Tier-Gramm. Jetzt muss ich das nur noch vom Obergeschoss her zusammenhängen. Jawohl. Ja. Nickel läuft. Super. Dann suchen wir Crystal Deposit und dann kommen wir noch einmal da her. Ich brauche jetzt einige Zeit, bis ich die Storage-Jopper aufladen, bis er da genug gefördert. Gehen wir noch ein Stück rüber. Und die Zeit werden wir nutzen und werden gleich einmal nach Crystal Deposit suchen. Genau. Rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Rauf, rauf, rauf. Oder Treppe nach? Nein, wenn ihr Treppe hättet. Ah, okay. Ja, aber jetzt haben wir dann bald Jetpacks. Und Aufzüge, die müssen wir auch noch weiter. Jep. So, da sind wir wieder. Die Paaren werden ja von Hopper zu Hopper nicht weitergegeben. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung? Die waren ja das Thema, dass die nur über Förderbänder weitergerecht wurden. Okay. Das heißt, hier können wir nicht so viel aufstellen. Oh gut, es werden ja auch vier Erze in eine Bahn verwandelt. Das wird nicht das. Eine Bahn und dazwischen eine Rohre. Aber das haben wir ja sogar bei den Erzen. Weil sie ja sonst nicht voll werden. Ja, ist schon richtig. Aber ich kann nicht... Lassen wir das mal kurz überlegen. Ich kann nicht Hopper und Hopper setzen in eine Reihe und Rohre. In eine Reihe. Weißt du, abwechselnd Rohre, Hopper, Rohre, Hopper. Das geht. Ja, aber ich krieg's nicht rein. Das musst du mir zeigen. Was kriegst du nicht rein? Schau dir das an. Oh, jetzt muss ich rauf. Nein, bleib unten. Aber ich... Das kann man ja locker umbauen, aber... Ich glaube nicht, dass ich da jetzt einen Denkfehler habe. Nein, ich hab's ja... Ich hab ja eh schon was auf Bord beziehen. Ja, beim Erzlager, aber nicht beim Warenlager. 1, 2, 4, 5. Gut, ich komm rauf. Ich fließe es mal zusammen, weil dann sieht man's. Das ist nämlich hier. So, wenn wir ankommen bei der Dibra, werden wir dann die Folge erklär beenden. Okay. Und dann sieht man sich in der nächsten. Genau. So. Jetzt muss ich da ein Rohr setzen. Und dann. Okay. Ich komm gleich ins Bahnlager. Ich hab das nur gerade zusammengeschlossen. Nein, nein, ich bin im Geschoss Wuzin. Ja, passt schon. Sein sollte. Ja. So. Ist okay. Wo ist der Bord? Bist du beim Erz oder bei dem Bahn? Das ist das gleiche Lager. Ja, links oder rechts, wenn du drunter kommst. Na ja, dort, wo die Bahn hinkommen, also auf der rechten sollten. Ich seh dich aber nicht. Spring da herum. Ja. Ich höre deinen Kleinen. Was ist das? Ich hab das Geschoss sogar mit Zinn beschriftet. Du bist nicht da. Ah, das ist Kupfer. Hehehe. Einziger bitte. Achso, ja, Blödsinn. Warum? Beim Zinn? Ah ja, plötzlich bei der Kohle ist der weiße Boden drin, ne? Genau. Das ist ein Glasboden. Oder der normale ist das sogar. Der harte. Okay. Warum haben wir das Stockwerk mit dem Boden versehen? Beim Kupfer haben wir Angst gehabt, dass das explodiert? Warum ist denn da der harte? Wo bist du? Ja, hinter dir, neben dir, gegenüber dir. Da ist ja der Rehenforsblock in der ganzen Decke. Ja, bei der Kohle. Das hat ein Grund gehabt. Bei der Kohle, ja, da hatten wir noch nicht darüber nachgedacht, wie viel das kostet. Achso. An Farmerei. So. Okay. Ja, genau. Und ich wollte, ich habe gesagt, die Barren werden nicht hier von Hopper zu Hopper weitergegeben. Na, den würdest du jetzt nicht befüllen. Genau, das habe ich gemeint und nichts anderes. Weil mit dem Erz geht es ja, aber mit den Barren geht es nicht mehr. Weißt du, wie habe ich das beim letzten Barrenlager, wie habe ich die Barren geschlossen? Auch so. Ja, aber dann waren sie ja voll. Wie habe ich das rauher? Hm. Es war genau so. Hm. Hm. So. Na, da nimmt es eben nicht weiter. Wenn es ankommt, nimmt es ja, aber abgehend nimmt es nicht. So. Na, probiere es mal. Das ist jetzt die Frage. Warte, ich lege mal da einfach ein Zinn rein. Bahn, meine ich. Mhm. Ja, das geht. Interessant. Das heißt, ich muss nur den Dorf vorne querlegen und da dazwischen. Ja, klar. Ich befülle dir das Pipe, was er nicht mehr angrenzt. Ah, jetzt habe ich was gelernt. Also jetzt müsstest du da ... Na, warte ... Ich lege nochmal in das in der Mitte rein und müssten in ... Ich habe keine ... Warte, warte mal. Wo ist denn jetzt das Rohr hin? Da war doch schon ein ... Ja, ich habe es gerade weggenommen, weil ich da einen Hopper schon hersetzen wollte und von vorne weg, wo du stehst, das Rohr nach hinten ziehen. Hast du die Warte ... Na, das geht nicht. Warum ist ja nichts anderes? Na, weil es sich dann nicht mehr verteilt. Wo sollte vielleicht das Rohr da dazwischen was herbekommen? Das grenzt ja nur an andere Rohre. Du müsstest das bis zum Hopper. Ja, das hier vorne, ganz hier vorne will ich wenden. Ja, das geht ja nicht. Das Rohr brauchst du ... Das ist das gleiche Prinzip wie da. Na, das Rohr brauchst du, damit es sich verteilt über die Storage-Hopperlängen. Das geht ja von rechts nach links, damit der Bahn weiterläuft. Stimmt. Da war das Thema. Okay. Wenn es jetzt da in der Mitte was rein, dann müssten bei drei angrenzende Rohre Bahnen rauskommen. Da in der Mitte was rein, Moment, da gleich. Ja, passt. Ja, das befüllt sich so. Das habe ich nicht grafiert gehabt, also auch nicht gesehen. Gut, und damit sind wir am Ende. Ja, ein bisschen was habe ich gelernt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hat für euch gepasst. Bis dann, ciao. Ciao.